Ich bin Karin Hobby aus Chur und ich schreibe. Ich habe vor gut zwei Jahren meinen ersten Roman ausgegeben. «Sie liebt» heisst er. Schauen wir uns jetzt mal an. So sieht der Roman aus. Ich konnte damals vor zwei Jahren leider dem Buch viel zu wenig Zeit widmen, weil ich vor allem mit meinen zwei kleinen Kinder beschäftigt war. Ich möchte das jetzt aber noch nachholen, dass das Buch den angemessenen Wert noch bekommt. Ich hatte die Idee, man könnte daraus ein Theaterstück machen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben und ein paar Leihenschauspieler gesucht. Das haben sich dann auch die richtigen Leute gefunden. Interessanterweise, als wir in dieser Gruppe zusammengehockt sind, mussten wir gar nicht lange überlegen, wer welche Rolle spielt, weil es irgendwo einfach zu den bestimmten Charakter gepasst hat. Wir sind jetzt seit ein paar Monaten am Proben. Und das macht unglaublich Spass. Wenn wir acht auf der Bühne stehen miteinander, dann entsteht ein riesiges Feuer. Wir können einander so motivieren und inspirieren und einander so weiterbringen. Das macht einfach unglaublich Spass. Und da entsteht etwas viel Grösseres, als wir am Anfang geplant haben. Jeder bringt Ideen, jeder ist so inspiriert und motiviert. Es ist einfach eine unerlässige Runde. Und ich kann wirklich sagen, alle freuen sich jedes Mal extrem darauf, wenn wir wieder miteinander proben können. Am 19.09. dürfen wir in Lausse das erste Mal auftreten mit dem Stuck. Das wird unsere Premiere sein. Und nachher geht das natürlich weiter. Wir gehen da noch in verschiedene Dörfer und Städte und freuen uns unglaublich auf das Feuer, das wir auf der Bühne gehen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.